ja servus leute und herzlich willkommen wir wollen mal gucken gerade hier notaufnahme das ist jetzt nicht gewisse besonders zufrieden leider abteilung wählen fit eingriff aus wo arbeitet der denn dem moment mal beobachten den arzt bitte danke der ist hinten ja anweisung über sachen überwachungsstation röntgen infusion bitte direkt volles programm ok die bereitschaftsarzt ok das ist natürlich hier klar das ist natürlich relativ überlastet bereitschaftsraum da bräuchten wir am besten noch einen zweiten problem ist der platz platz mäßig ist das natürlich ein bisschen doof hier wir könnten dann noch ein schreibtisch hinballern sieht dann aber nicht wirklich schön aus in bezug auf den der fit blutdruckmessung aus der fit mehrere sachen durch die bräuchten theoretisch am besten noch einen weiteren arzt weil der ist nicht mehr zufrieden hungrig schöne umgebung ja aber müde und was weiß ich was das ist klar weil er kann sich nicht erholen weil er zu viel zu tun hat wir werden wohl noch mal einen zweiten arzt hier einstellen müssen ja notaufnahme ja wir müssen noch einen zweiten arzt hier einstellen passt auf wir werden noch ein gläser büro tisch aufbauen drucker kriegen auch noch mal und einen laptop und ein büro sessel kriegen sie danke gut dann werden wir noch einen zweiten arzt zumindest auf tagschicht einstellen das natürlich direkt auch arbeitet und hoffentlich hier dem kollegen ein bisschen unter die arme greift jetzt aus mit den betten alle drei betten belegt wir werden auf jeden fall noch mehr betten in der notstation brauchen in der notaufnahme brauchen wir versuchen das jetzt mal einigermaßen gut anzugehen mitarbeiter hat mehr erfahrung gesammelt das ist in ordnung wir haben aktuell nicht wirklich viel verdient wir haben aber 9800 plus aktuell aufnahme tc bitte differenzialdiagnose angiografie bitte komplettes programm auch fast antibiotika nahrungsumstellung bitte komplett danke sehr der kollege der ist von der kam jetzt als hilfe von der vom labor als erste hilfe ok so das ist jetzt passt auf das ist jetzt von der notaufnahme die krankenpflegerin wir brauchten bräuchten hier noch mehr betten wir bräuchten hier noch mehr betten leute bezüglich noch mehr betten das ist ein problem ja wir haben kein platz jahre an das hängt alles hier mit platz zusammen das hängt ja alles mit platz zusammen tc haben wir hier relativ klein das ist alles ziemlich doof ich meine das labor sieht von der größe her schon in ordnung aus da habe ich nichts zu meckern da habe ich definitiv nichts zu meckern die beiden räume sehen auch einigermaßen gut ausgestattet sie sind relativ groß das ist in ordnung aber zufrieden sind sie auch nicht weil müde hungrig bedürfnis ist kritisch gut da müssen wir auch dran arbeiten kriegen wir hin irgendwie das machen wir das heißt wir bräuchten hier einen aufenthaltsraum mehr toiletten wären auch nicht verkehrt ja gut wie machen wir das am besten der raum hier wird aufgelöst der wird hierhin gezimmert der souvenir laden müsste weichen abklopfen des thorax bitte noch hier bitte auch noch die beiden sachen danke sehr du kriegst auch noch die sachen jetzt ansonsten aus hier mit patienten da ist noch einer der ist wirken der muss noch untersucht werden okay der hat schon ein paar untersuchungen bekommen und auch noch mal 1035 dollar okay er ist jetzt nicht die masse hier was das an geld gibt aber okay besser als nichts besser als nichts wir haben 13.000 das ist nicht wirklich viel was sie zusammen gekracht alter schwede nur toll die kg überwachungsstation bitte aufnahme tc ok in antibiotika direkt langzeitig fast komplettes programm eeg blutabnahme bitte proben wir kommen ja toll tc gibt es nicht frei liegt im bett ja toll weil notaufnahme hat keine betten mehr frei das kann doch jetzt nicht sein leute die bräuchten mehr betten in der notaufnahme wir bräuchten viel mehr betten der notaufnahme der röntgenraum muss weg wir haben nur 151 dollar das ist auch nicht wirklich viel patient wird ein anderes krankenhaus transportiert ja wenn alles überlassen die ich weiß es ich kann nichts dafür das ist das problem anweisung intensivstation beta blocker was ist das hier beta blocker braucht körperlich untersuchung cp test blutabnahme bitte noch direkt die fibrillation herzoperation bekommt sie bitte die fibrillation die labore haben verdammt viel zu tun das auf jeden fall kann schon mal sagen mrt ikg ikg überlastet na leute 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 patient kalabiert anweisung intensivstation direkt volles programm hier infusion mannit dosen das ist nicht mehr normal hier das ist nicht mehr normal wilde feierlichkeiten am nationalfeiertag sorgen für mehr verletzte patienten natürlich temperaturmessung ist billig leute 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 wie sollen wir das überstehen wir bräuchten mehr platz atemversagen ja wir haben keine möglichkeit mehr weg damit weg mit dem patient geht nach hause ja danke leute momentan sieht es nicht besonders rosig aus flora funktion ja ich kann nichts dafür leute wenn ihr kein geld da lasst kann ich auch nicht hier bauen ist das problem wir müssten viel umbauen wir brauchen erstmal hier viel mehr platz auf der fläche und zudem müssen wir auch noch weiter ausbauen intensivstation notaufnahme und überwachungsstation traumazentrum müssen wir ausbauen ja es geht nicht von jetzt auf gleich das ist das problem intensivstation zack 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 ist 2000 ja ich hoffe dass jetzt zumindest einigermaßen geld reinkommt damit wir zumindest mal weiter investieren können die biografie braucht die bitte kommt bitte die magenmittel magenmittel tc ist nicht rein ja wegschicken ja wegschicken warte der stabilisierung wegschicken ich kann nichts machen ich kann nichts machen leute patienten ist kollabiert einmal sind intensivstation bitte achtung einweisung überwachungsstation ruhe abklopfen des thorax bitte prüfen wir sprachen neurologische test blutdruck messung temperatur messung erst mal das erst mal das überwachter patient kollabiert ok wegschicken wir müssen gucken dass wir hier geld reinkriegen erstmal sonst können wir nicht investieren hier ok weg mit dir ich kann gerade nichts machen das ist das problem oder ja zu spät mit mt nicht mt zack danke hopp chp weiter wir brauchen kohle ohne ende kohle ohne ende komplizierte diagnosen neurologische tests blutdruck messung temperatur messung bitte danke b du w 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 wir bauen kohle ohne ende ist jetzt mal hier im bett frei anscheinend nicht kann doch nicht ewig hier liegen hallo intensivstation transport zum zimmer toll ja direkt kredit abbezahlen im 24.000 plus das ist nice 10.000 durch die innere 6000 fast 7000 durch die cardio und 2000 nur durch die euro geld genug jetzt gerade aber wir müssen weiter investieren wir haben zumindest ein bisschen kredit zurückgezahlt das ist schon mal in ordnung haben natürlich jetzt 4200 minus ok klingt hoffentlich durch den nächsten tag wieder ein bisschen mehr geld rein hoffentlich dann sollte das vielleicht sogar passen intensivstation bitte antibiotika abhören langzeite kg bitte jetzt was sagen die fibrillation ok kg bitte auswertung patient kollabiert künstliche beatmung intensivstation bitte lungieembolie bitte danke lange wartezeit verbetten ist mir klar leute verdammt viel eingenommen das ist in ordnung das ist in ordnung aber wir brauchen mehr geld 20.000 schon mal zurückgezahlt das ist schon mal perfekt leute aber gut wir sehen uns in der nächsten folge wieder würde sagen dann gucken wir mal ob wir noch mal ein bisschen mehr geld verdienen können vielleicht noch mal kredit zurückzahlen können dann gucken wir mal dass wir vier fläche weiter hier ausbauen und fläche dass wir da mehr oder bisher auch klar kommen in dem seien danke für euch erstmal fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin servus und tschüss bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.